So, 3, 2, 1, willkommen zu KartLive, ein blablabla, Survival-Spiel in einer Papp-Welt. Das müsste jetzt bei mir Folge 14 sein und tut mir leid, dass gestern die Folge leider ausgefallen ist. Moment, habe ich privat ein bisschen wenig Zeit. Da finde ich jetzt nicht so viel Zeit, wie ich mal hatte. Sagen wir es mal so. Aber nicht in Ruhe. Okay, an was kann ich mich erinnern von der letzten Folge? Oder von den letzten Folgen. Die Aufnahme ist ja dann doch noch ein bisschen länger her. Ich glaube, wir hatten Golems gesucht. Keine gefunden. So, jetzt bitte laden wir ein bisschen schneller hier. Nämlich weiß ich, was ich erzählen soll. Das Spiel ist Early Access. Da unten steht es irgendwo. Also noch lange nicht fertig. Oh, jetzt wird es ein bisschen schneller. Wie gesagt, eine Welt aus Pappe. Ihr seht, die Bäume hier sind aus Pappe. Die Tiere sind aus Pappe. Ich bin aus Pappe. Einfach alles ist aus Pappe. Eventuell das Feuer nicht, da bin ich mir nicht sicher. Aber zumindest die Fackel unten ist auch aus Pappe. Roboter aus Pappe. Spinne aus Pappe. Erlitter aus Pappe. Goblin. Oh, 100%. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Map. Hier unten sind wir. Da ist unser Haus. Ich werde noch irgendwie mal ein bisschen ins Landesinnere laufen. Eventuell haben wir Waffen dabei. Bei Bei Ein Schwert Fünf Auch aus Pappe. Die Vieh der Prototyp Golem Okay, hier sind Wölfe Soll ich mich mal mit dem Wolf anlegen? Ich weiß noch, ob da sonst weiter. Oh, oh, oh. Rehe Kommt. Lass mich in Frieden. Oh, hier geht's rein. Nö, hier geht's nicht. Ich versuche wahrscheinlich schon wieder viel zu viel schnell zu machen. Normale Oh, da fliegen doch irgendwelche Sachen rum. Wechseln wir mal auf die Armpost. Normalerweise müssten wir wahrscheinlich Erstmal Kupfer abbauen Dann auf Eisen gehen Rüstung auch auf Eisen umbauen Ein Wolf umgehauen. Soll ich mal einen Wolfszahn bekommen. Zweite Treffer war unheimlich stark. Was seid ihr für komische Tinger? Kleine kleine Feen Imps Oh, shit. Mein Wogen ist, äh, mein Armbrust ist kaputt gegangen. Triade Triaden sind Naturgeister So, was haben wir gesammelt von den Triaden? Magiesteine oder irgendwie sowas Ich höre immer was knurren Oh, Gott. Da unten sind glaube ich Bären. Ich will mich mal weiter in diese Richtung umschauen. Mist. Mist. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Hilfe. Ich weiß nicht. Kann ich hier an Fallschaden nicht sterben? Ich hab schon was raus. Okay. Ich hab schon mal die Weetschen und... Oh, Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, da ist noch einer. Imps. Geh. Okay, sterb mal. Okay, mal sterben. So. Und du? Stopp mich. Oh, Hilfe. 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 Oh, Gott. Okay. Kommt der mir nach? Oh, shit. Wo kommt das Geräusch her? Ja. Das könnte doch ein Golem sein. Wir gehen mal... Mal zum Berg. Mal zum Berg. Gibt's den Eingang... nicht so direkt. Soll ich mich mal hier reingraben? Mann. Wo bist du? Schwitzhacke. Komm. Schwitzhacke ausrüsten. Kompaktsteinne... Chor sortiert gerne ein Golem sein... Aber wir gehen mal zurück. Ich höre Geräusche hinter mir. Verdammt. Jetzt wird es dunkel. Habe ich Fackeln mit? Wahrscheinlich nicht. Deine Spitzhacke kaputt. Inventar schauen. Was haben wir überhaupt dabei? Nicht viel. Was können wir herstellen? Noch weniger. Wir brauchen Holz und Fiber. Steine. Wir brauchen Holz. Holz und Fiber. Shit. Ach ne. Gar nicht dunkel. Dann nehmen wir erstmal ein Detail. Fiber sammeln. Ach Gott. Warte. Da drin ist auch noch ein bisschen Fiber. Überall Löcher hier. Gut. Holz hacken. Ich bin sehr hungrig. Ich bin sehr hungrig. Dann pfeifen wir uns echt durch mal ein paar Beeren rein. So. Mal ein bisschen Oak Holz. Reicht das jetzt um eine Steinachse zu bauen? Ja. Die bauen wir so wie die letzte die wir hatten. in der Optik. Ähm. Fackel. 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 Wo war die andere Fackel fürs Haus? Hatten wir nicht noch so eine coole kleine Wand Fackel gehabt? Da. Was brauchen wir hier? Rezinen. Könnten wir eventuell von dem Kirschbaum da oben... Ah. Oh. Kupfer. Äh. Das Kupfer muss ich jetzt gar nicht nehmen. Da ist ja noch mehr. So. Danach können wir auch... Äh. Weit... Shit. Wo habe ich jetzt noch das andere Kupfer gesehen? Da. Danach können wir auch weiter Richtung Berg graben. So. Erstmal hier raus. Dann nehme ich den Baum hier noch mit. Gleich bekommen wir ja doch noch ein bisschen Harz. Rezin müsste doch Harz sein, oder? Ja. Einmal Rezin und Holz haben wir. Ja. Ach. Jetzt sehe ich. Ich habe doch hier unten... Ich habe doch unten in meiner Leiste schon eine Fackel. So. Hier wird es dunkel. Dann machen wir jetzt die 8. So. Und die 2. Machen wir erstmal hier ein bisschen breiter. So. Dann brudeln wir mal ein Stückchen in den Berg hinein. noch ein Stückchen in den Berg. Ah oh. Jetzt kommen massive Felsplatten... Warum höre ich die ganzen Geräusche? Sind die so nah und ist das nur ein Fehler weil das noch Early Access ist und noch lange nicht fertig. Ich würde die ganze Zeit impfen. Die Ecke kommt auch immer noch weg. Da braucht es vielleicht ein bisschen mehr Licht hier hinter. So. Schön graben. So. 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 da vorn und... Oh Gott. Gehört die Höhle jemanden? Mal kurz Licht anbringen hier. Ich mach mal den Weg hier n bisschen breiter. Oh, okay. Nein. Okay, das war... ein optischer Fehler. Da unten sind Impfs. Oh, bevor ich es vergesse. Kann ich... Nein. Nein, 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 nein. Eine Armbrust. Stein. Steinarmbrust. Ja, bitte herstellen. So. Jetzt ist der weg. Das ist immer noch weg. Ich hatte es nicht schlafen gelegt. Kupfer, alles. Kupferfragmente. So, schön Kupfer abbauen. Oh, mir läuft hier auch einer rum. Das Lachen gefällt mir gar nicht. Das Krieg kann ich nach nem kleinen Imp. Okay. Okay, das ist ein kleiner Imp. Ah, gut. Dann hauen wir uns doch mal hier lang zu gehen. Hier gibt es was zu looten für uns. Da seh ich schon mehr Kupferfragmente. Ah, gut. So. Ist das ein Golem? Wartet, wartet, wartet. Ich habe meinen Ausgang verloren. Shit. Kupferfragmente. Kupfer, scheiße. Okay, also. Lass wir den kleinen Goplin abknallen. Ich bin sehr hungrig. Scheiß drauf. Erst mal was essen. Okay, der Golem tut mir nichts. Im Moment zumindest. Ich weiß noch nicht mehr, wo es raus geht. Scheiße. Ich muss kurz Map schauen. Grob diese Richtung müsste ein Ausgang sein. Nichts. Ah, shit. Okay. Wir probieren es. Prototyp Golem. Okay, der macht nichts. Okay, er macht nichts. Wobei. Dann wende ich erstmal die Folge hier. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. .